Willkommen zu einem neuen Würfchen, Geilmehr. Ich spiele mit der Duo. Ich gerade habe dir gesehen, ich habe einen Solo-Fett-Siege geholt. Und ich war ein schöner Pizza-Eißen. Ah, und schreibt mal diesmal in die Kommentare, was eure Lieblingspizza ist. Save Tumfisch. Save Tumfisch. Na, Tumfisch nicht, ich höre. Tumfisch ist mega geil, aber... Tumfisch, Tumfisch, Zwiebel, beste Tumfisch, Zwiebel ist Mita. Tumfisch, Zwiebel, Mita. Bro, Tumfisch, Zwiebel, Pizza muss ich immer an diese Tiefkühl-Dinger denken. Das ist nicht so eine Pizza, die du bekommst, in einem geilen Restaurant, in so einem geiler Pizza. Tumfisch, 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 T der gut aus ein fast alles gut weil es gut das machen eine karte zu holen was das hier so cool ist schon die mitte mit abholen kann was sind denn die spitz meine ich hab kein okay man merkt schon was ich fühle immer noch das ist dumm der jackpeg der idiot so schlecht es ist ein scheiß botiger was oder mit zu gelasert noch eine um die jahle mach bereit mach bereit vegan vegan ich bin vegan 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 boah ich mag um den nicht mehr so krass voll der arrogane kill das volkern auf links reagiert ihr waren ja frank bros ja doch da nein das ist nicht geil digga er macht ihn nicht fertig doch mit seinen allemal früher früher schon frete den fertig machen jetzt geil ich schwöre früher ist es nicht trotzdem er deutet noch darauf an digga er ist ein buster früher er hat die so er hat die wässer so aus der wässer ja trotzdem macht er sich jetzt nur über den lächel jetzt ist es los spaß die in seinem stream die gucken sich prankbos an lachen die aus digga ich höre ich mag prankbos auch die machen fake sachen die machen das ja aber hä ich meine die die unterhalten die unterhalten die unterhalten die unterhalten das wusste ich die prankbos sind die max digga der irgendeine scheißen oder andere video ja ey zimax testen das nix das nix das nix die lachen selber dann in der solo runde auch 5 mal gesagt oder so dass die team den harry oder so schreiben sollen in die kommentare das jetzt nicht vergessen soll ne ja wie jetzt komisch mit den allen allein zuzugehen ne ja ja aber man sich dann gewinnen nach 5 sekunden halt dein mauer spaß hey mach du spaß ja ja merk ich mir hochen spaß äh äh wie ich sag äh 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 digga was brennt da hinten mhm wo bei mir draußen ne nein da wie mir draußen ne wie hast du es gesehen warte wusste man die markierung lass mal gleich da landen nein doch bros wie zu weit weg man lass mal da landen ich geh lass die crossroads ich geh lass die crossroads weil das ist aber auch kein bock so lang zu fliehen ewig gelang wo ich sieg geholt hab ja fuldiger kannst vergessen ja ich hab auch nur 1 oder bockland ich geh 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 3 wer landet da geh 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 von santi kore bei mir ist aber der samura rangers eine geile ak äh 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 ich bin tot warum landes oh mein Gott er landet noch er landet solo gegen du in einer stadt vor 30 Leute hinkommen also ich hab lange nicht mehr so eine dumme entscheidung gesehen wirklich bro kletter doch bitte da hoch du dummer weisen geben wo du da gelandet bist genau ok ich hab meine fresse weil ich habe meine fresse weil ich hatte meine fresse mein Gott er ist so schlecht er ist so schlecht und mein gott seine eltern ist eine dreckige Fotze bitte gebt mir jetzt einen grund warum du jetzt da gelandet bist ich wuhr nicht dir habe meine fresse tanzt du so tanzt gibst du einen grund weil ich hab meine fresse du darfst ich mich du denkst du du meinst du meinst du er hat keine antwort er lenkt ab er lenkt ab er lenkt ab weil er keine antwort hat wie ist er abfugt warum dann bist du da bist du dumm ich krieg ein scheiß laserschwert was das mit scheiß bis jetzt dahin gehe ich bin tot sowieso so cringe die gerade diese beiden duo oh mein gott so angekündigt so angekündigt ok übertreibt mich am leben lassen um zu tanzen durch also boga tanzen jaja aber wo ist es da gelandet bitte ich weiß nicht warum der karte anscheinend zwei karte schlecht ja wenn der bastard mädchen sein schwanz rutschen will denn die landen wenigstens zusammen spaß ich habe gesagt kommen er geht es ja nur aber das ist so ein bot ne auskoppeln das ist die kümler ich glaube ich bin der gegner hast du den 360 gesehen die ganze golde power schmeckt gerade so sehr ne ja wird mir aber auch schmecken ich hab gleich bock auf rackroom wir haben schon einfach und haben gleich erst weg und wir werden ja ich kann durch habe keine spiel doch ich muss morgen um 8 los ich bin doch zu meiner tante nach dort da warst du da haben die getanzt die richtigen fotzen ich hoffe sein vater ist nein nein das waren die gar nicht doch das waren die gar nicht die waren voll krass es ist ein scheiß spot wieder bro nimmst du jetzt mal meine karte auf chili mili stelle ich mal kurz dahin da standen die und haben mich ausgelacht und gedemütigt von der stadt bis hierhin das ist nicht dumm was hier passiert eh wie schlägt hilfe ey spielschütze ab ich spielschütze mit mir gleich ab warum hast du 800 tapping oder nein es ist einfach zu bähnert gelegt hey bist du schwul ich schwöre es war richtig verhackt ich war ich habe ein clip mache ich nicht auf ps ent hast du gegangen ich bin mach clip mach clip wenn das bei der save ist du warte ich guck nach da kann ich nicht warte ich mach da pause bei wenig da war echt immer noch digger es kommt wieder was ist für eine scheiße fast drops wallah das spiel ist so verpackt ne digger das spiel ist einfach free jetzt kann jeder bastard auf der welt spielen auf der playstation ja was leckt das so ist das hä baum 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 das ist schon echt bad oh rensohn ich kann nicht snapen kommt mal snapen season 1 tippe 3 baum ja ja die feste vertraut das ist naja hier nicht mal das ist ja wie soll ich denn hier wenn ihr zwei leute sind ja digger warum hierzu ich nicht woanders brauche das war crossy crossfords jetzt hat er die süße sein wird obwohl neben sanctuary und filter da ist in der mitte einfach so ja weil ich das hier ist wer vertraue geh dahin das ist genau am son kann ich meine fresse der hebt irgendwie auch nichts auf vertraue jalla geh wir sterben bro du bist ein die vier das machst du die 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 situation war bei mir in der solo runde digger er hat mich von 200 auf genau 60 hp gemacht die den scheiß jumpert wegen mir gefläst die wollen nicht so hart ne wir haben da maximum bro was macht ihr mich er ist hier nicht er hat irgendetwas er ist zufrieden, er ist schlecht so hart ja was soll ich machen, Box in Box haben wir noch mit dem Ball warum blösen die Jumperts sind die dumm? ja die wollen einkillt, guck mal wie die sich jetzt fühlen dann ist mir ne allein crazy ist so ein fünftiger sein Fahrpark nicht mehr so'n wahren Hurensohn wir die nie in sein Leben haben aber wieder konnten die auch fliegen, wollen die denn in Scheiße mit geplaced wollen die das geplaced? die konnten 10 Jahre fliegen auf einmal dann lass noch eine Runde ja ich höre ich lass da eine Runde so dann gibt's Video da haben wir zwei Public Runden Video weil sie haben eine Runde für unser Dings spielen weil sie einen Dings da go go that nein 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 warum da wirst du wieder? ja ja dann mit allen Waffen spielen dann mit allen dann mit allen das sind die der allgewinnen e er kam aus dem wie das was da wir seien über den einen typ weg geschubst hat er ist acht meter geflogen das wird den schwarzen oder eine er wurde er seit noch mit übergang hat der märz auswendig die er sich so gesteckt haben mit richtig anlaufen mit bauwärts vorliegen aber auch so ein killer jetzige paris nicht mehr egal wie er sein langen haben wie ein mensch sieht er aus war damit ein zopf was ein bastard damals also auf den killer mit seinen kurzen haben ja damals ein kleines oder hätte ich geld ja gab kein bad er macht zopf auf einmal komplett spaß nicht mehr sie auf den mädchen einfach mich jetzt nicht übertreibt es mal gesehen wo seine haare offert offen hatte vor spiel er ist auch ein feuer er wird ab sein alter ein paar tiker spaß die kurzen bad kurze haare fertig nicht lange bad lange gegen zum penner oder was die kräftige er ist doch so für lange aber nach jeder finnator wenn die bieten die reich hat schon top machen will hier so offen ihr habt keine und kein monat weißt du noch ein Ferner ein Bruder der Haar so wie kommt man auf sowas wie gern Penner auf dem Ort mit einfach fünf Kamerung einfach so der Ende des Erechens immer dabei ist er hat zu mir gesagt stellte vor du bist auf ein Penner Start kommt zu dem der Verlösen von oben warum ist sie nicht mehr haben Arbeiter kriegen nicht mal vernünftiges Geld aber eben nicht mehr Werner der auf Straße Junk und Bettel um 5 Cent zu bekommen für den Preis ist die Antanke wie der Klau Pro und von ihm wird bei ihm 6 oder 5.000 Euro der von Kantia auch mit auf der und er hat sich die Uhr das ist die Uhr das ist eine lange FK 5.000 Digger wo ich nachdem ich schwöre ich sagte nicht die Gehe ich hab diese Stadt er hat Daniela das war hier ja wo Land ist und Junkie er kommt auch okay ist ein bisschen wie Chucky Junction ich habe mich nie gelandet so overrated wie Sack-Pack-Place das war eine hohe das war einer der scheiß Städte wo man nie gelandet ist ich würde sagen, Junction Digger, Müllhaufen, Stadt Digger du musst dir vorstellen, die Stadt hat man gehasst in Chapter One Digger, die haben einfach eine ganze Season auf sowas gemacht weißt du, wo Wasser überall war, da war auch alles vermüllt keine Ahnung ah stimmt wo alles, äh, Dings, was du schießt, ne? Wasser die ganze Map war voller kaputt mit Hei und so ja stimmt Digga, Junge ah, da bin ich ganz so cracked ich hab mir zu perfekt Spaß ich hol mir doch mal Minis, Digga oh mein Gott, ich hab mir 6 Minis gut wie ein Eselkopf oh mein Gott der Junction abau, du Bastard oh das ist stark ja, warte schlömer, 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 brau schildschildschildschild mit kreislauf einstein aus dem gefickt fahrhilfe hilft mir hilft mir ist mir scheiß bots hat auf mein auto platz wegen denen auf alle reifen wegen scheiß bots was ist so mein leben an die haben jetzt gegeben ich bin dort anschießen warte halt einmal wenn jetzt bis hier verfolgt haben so bei mir ja ich bin ich wollte helfen wenn ich helfe ich wollte zu dir kommen aber er hat mich ich habe von dingern gehört oder wir sind da auch alle gelobt ist oder die hoch das wird immer wieder auf die rücken er hat die rechte ich den autoren ja wusste die hohe obwohl das auto geht nicht nur diese komische sperren ja hohe mehr beteiligt werden und wenn man und was man kommt ist und wird das erstellt zwei Autos für alle unterbrochen ich habe mich kommt so ein dreckiger Noten weißt du hast er ist ich komme dahin und drückte und mich zu helfen das ist das erste Mal zwischen Tod ja irgendwo mit solchen Hälften deswegen Du hast nicht gesagt, dass der Post sind, Kelp. Hast du gesagt, hilf mir, hilf mir. Jetzt ist keiner gelandet. Ja, besser für die. Fetchy ist beleidigt. Du gesagtst jetzt nicht so. Er startet da Krieg, Junge, und will, dass ich den beende. Spaß, die. Ey, ich hab nur einen Monty-Waffahren. Sommal kam deine ganze Familie. Der war von Rambo. Rambo, hier sind sie. Wollah, ich hab meinen angriffen. Wollah, ich hab nur einen Rambo geklatscht. Dann kam ein ganzer Brüder schon. Ja, da komm. Blicke, man geht hier, ich glaub, es ist egal, ich bin so hart mitgebracht. Bro, das wird nicht reichen, guck. Dann war der Biggie, dumm, ich komm's mitnehmen. Guck, reicht nicht. Dann war der Biggie, dumm zu trinken. So, komm, dich hau ab. Ich weiß, komm, gönne ein Auto mitgebracht. Komm. Wollah, ich nehm nur die Shockwaffs mit, wenn ich ein Medgill aufgebraucht hab. Achso, okay. Weiß ich, ich drehe so lange ein Auto, okay? Kannst du ein Medgill mitnehmen? Nein, ich hab sechs Minis, ein Biggie. Bro, hast du nie einen Sniper oder so dabei? Äh, man muss... Hast du immer nur einen Inventar mit Teal? Ja, jetzt gerade schon. Ja, immer so dumm, ne? Einfach ein Pilo oder Sniper, musst du wegtun. Einfach die Beine. Man muss... Hä? Wollah, gegen was hast du mich da geknallt? Bro, du bist einfach behindert. Du bist der Fahrer, Bruder. Ich bin müde, ja? Ich muss langsam Reckung spielen. Komm, ich kann. Wer kann kein Auto fahren? Lass mich hier Kanonen. Komm her, bitte, komm her. Bitte einmal noch, einmal noch. Komm her. Nein! Ich werde angeschossen, ich schwöre auf alles. Ja, das ist... Oh mein Gott. Wenn du einmal im Auto, ich überfahre die beiden. Hab ich ihn überfahren? Wallabin überfahren. Ja, der war einer anderen auch. Einer wurde vor meiner Fresse gebotet. Ich bin nur gefickt, ne? Der hat mich gefickt. Es war einer Box, der... Oh mein Gott. Warum steigst du auch raus? Wo bist du? Oh mein Gott, der hat erholt. Hä? Wo soll ich sonst hin? Bist du behindert? Sag mir noch wenigstens. Ich habe auch den Haus auch mit dem Auto. Ich habe doch gesagt, ich gehe auf Kanone. Hä? Ja, ich gehe auf Kanone. Ja, du hast euch auf Kanone. Soll ich denn mit Leuten abknallen oder was? Ja, kann man. Wallah, kann man. Ja, ich weiß. Das kriegt jeder Gegner weg. Ja, kann man. Ich weiß, aber trotzdem. Genaue Information, ne? Boah, halt deine Fresse, weil ich sage, ich glaube, Kanone. Und zwei Gegner anschießen, denkst du, wir dann das schon zum Spaß, ein bisschen schaukeln? Ja, vielleicht. Vielleicht bisschen Motivation mir geben, müssen helfen, ne? Ja, einfach gar nichts. Ich hole noch morgen, ne? Der Maul. Ja, Bodyguard. MT. MT7, Young Man macht die eh, du hast Flexer-Dripping-Bull. Da waren Pilze, warum gönst du dir nicht? Da war Kupfer-Kupfer. Wo? Drinne. Was da hast du? Links. Ich dachte, es ist ein Apfel, ja, ich weiß, aber... Da ist ein Kokosnuss. Können die doch. Esel, ja. Ey, ich habe ein neues Ausfeld freigeschaltet. Gleis. Prawler. Gleis. Ah, ne. Geil, scheiß, ich muss noch... Drei-Stift-Kanate. Nimm mal zwei Ballons machen, Impuls-Kanate in Sorge, meine zweite Karte, yallah. Wie weit kommst du? Mach mal. Egal. Lach, wo wir sind wir, wo wir sind mit der Slow-Motion, na, na, na. Walla, kommst du auch an? Ja. Ey, wirst du gestorben, dich zwar ausgelacht worden. Ich habe noch gesehen, dass es diesen Effekt hat von der Impuls-Kanate. Ja, ich weiß, ob es nicht ausgelacht. Ja, ich lache dich auch gleich aus, weil ich dich nicht heil aus Versehen vom Bus. Wie sonst auch immer. Die gehen erst immer noch da, die haben da gebaut jetzt. Ja, sollen ihre Mütter ficken gehen. Jawohl, die Kanone ist noch da. Oh mein Gott, das Auto. Nein, da oben ist mein Auto. Ja, das ist genau sehr wichtig. Ja, geh mal rum, ob das kaputt ist. Guck mal, ob das kaputt ist, bitte. Da hoch, links, da unten, da rechts. Hinter dir. Da. Ja, mein Auto. Geiles Auto. Oh shit. Boah, es war knapp, Walla. Geh mit Kanone. Ja, geh mit Auto, geh mit Auto, vertraue mir, geh mit Auto, vertraue. Vertraue, Bruder. Junge. Aber so dumm, ne, er muss gar nicht über 500 Meter laufen, Idiot und vorhin sind, oh mein Gott. Geh, geh nach rein, Walla, lass Red Crew, geh, geh nach rein. Geh rein, in den Gegner, scheiß auf mich, scheiß auf mich, geh in den Gegner rein. Nein. Ich heil dich hier. Ach, Vertrauen. Ich heil dich in dieser Hülle. Du Liediger. Du pennst gleich wieder ein. Ich penn auch gleich ein. Ja. Wie gehst du penn, bitte, Hilfe. Bro, ich hab vernünftigen Schlafrhythmus. Bock hast du. Was hat denn das jetzt? Man wüsste es, was, scheiß aufbauen, scheiß aufbauen. Oder in der Zeit, wo man Bord war, aber man hielt diese Person an. Du bist gleich so weggelesen. Hoffentlich. Jetzt zu den Biegen sind. Schon 23 Minuten, wie du, schon kriegst. Ich hab nichts gewissen. Ich versteck mich hier hinter diesem Auto. Stark, stark, Digga, das versteckt, Baba. Man sieht das. Halt zu machen, man sieht mich so hart nicht mehr. Ja, Bombe, ich sterb an Sauen. Danke. Ja. Ich hab dir gesagt, geh mit Auto, Dully. Hey, trotzdem nicht geschafft. Du wärst schon Sauen. Ich bin 30 HP und Dully und Schmulek. Du wärst schon ein Sauen mit Auto. Oder halt deine Fresse, ich hau dich sonst kaputt. Sei mal leise. Ja, du, sei mal leise. 14-jähriges Fortnite-Kiddy. Digga, 2, ich bin 2 Tage, 3 Tage. Ja, 2 Tage. 4 Tage. Fortnite-Kiddy, 14 Jahre alt. Learn to play, noob. Aber wo geht er vor mir? Miete Kammer kassiert. Gott will, Digga, wirst du jetzt so hart gefickt in deinem dreckigen Doppelang. Warte, er angelt, er sieht mich nicht, er ist abgauen, wallah. Er sieht mich nicht. Abo, er wird angeschossen, Hilfe, hilf mir. Ich hab extra in die Richtung geschossen, was auf dich aufmerksam wird. Hoffentlich. Hilf mir. Digga, ich steppe an Sorn, beste Leben, hey? Anni, soll nicht langsam als ich. Ah, sonst bad at Fortnite, kann even build. Uh, ein Pilz, ach, mit full. Wie auch nicht, wer auf mich wird gesnappt, ey, ich bin so gefickt. Einzelltenstück weg vom Fenster. Der will ringen you, do you know the truth. Ein so'n geiler Harry ist einfach tot. Und du bist einfach tot. Die, ja, langsam ist die Sohn, ich hab die überholt. Oh, ich hab einfach genit ab dir, am Mann. Jawohl, die lassen sich diese Billow-Fische liegen, die kann ich mir so rein snacken. Also, die, sie grauen. Ja. Ich hab dich, wenn er steht, der, ich bin so dumm. Abo, Wallah, ich muss mich hier schälen. Wallah, sorry. Sind wir nur bei mir. Ja, Bro, guck mal bei mir, ich bin, ich bin in deren Box. 107 nach Hurensohn, seine fette Mutter, so ne Bitch, ne? Ja, Fick nicht, komm, du Hurensohn. Dreckiger Bastard, Panda, Digga. Anonym 339. Wichtig, weil du anonym bist. Geht auch echt, prima. Hurensohn. Ich hab ein Fass. Hab ich mal Freunde, Bastard, ich muss in der Liedsitzung spielen. Hurensohn. Hey, Amanda, ich bleib auf Instagram. Hammer. Ich schwöre auf alles, was es geht. Kein Letzter. Hammer. Das ist Amanda. Keine Metz mehr, wie ein Bastard-Zone. Kein Bock mehr auf Fortnite. Amanda ist life of thing. Leute, das war's mit dem Video. Yallah. Bis bald.